Hallo, mein Name ist Anjib und ich frage mich, weil ich manchmal Dinge verstehe, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel, haben Leitern, die man nur im Sommer verwenden kann, Sommersprossen. Oder, ist ein Keks, der unter einem Baum liegt, ein wunderbar schattiges Plätzchen? Oder, warum gibt es so erschreckend viele Menschen, die sich unter Fantasie so gar nicht vorstellen können? Na ja, ihr wisst ja, Reiden ist Schweigen und Silbe ist Gold. Eu, Sanchi. Bye-bye! Erleben Sie Sanchi live in Happy Landing, das Musical. Erleben Sie die Musik von Jochen Frank Schmidt im neuen Feelgood Musical des Gloria Theaters. Happy Landing, das Musical. Die Liebeskomödie mit Charme, Humor und Leidenschaft. Ab Herbst 2017 nur im Gloria Theater.